Moin Leute Pyros ID hier mit einem Fortnite rettet die Welt Video in dem ich euch mit den Basics des Entdeckers vertraut mache, ohne dabei zu sehr ins Detail zu gehen. Und vielleicht ist auch noch der ein oder andere Tipp oder Trick dabei. Nicht vergessen Leute, wenn euch das Video gefällt dann lasst gerne ein Like da und wenn ihr neu da seid dann lasst gerne ein kostenloses Abo da, das würde mich sehr sehr freuen. Wenn ihr Fragen habt dann einfach in die Kommentare damit. Solltet ihr Fragen zu vordern haben, die jetzt nicht dieses Video betreffen, dann fragt die gerne in meinem Discord oder schreibt mir bei Insta oder Twitter. Die Links dazu findet ihr in der Beschreibung. So, dann lasst uns mal loslegen. Ich starte mal mit einer Einordnung des Entdeckers in das Klassensystem von Rette die Welt. Der Entdecker ist neben dem Konstrukteur, dem Ninier und dem Soldaten eine der vier Heldenklassen. Ich würde den Entdecker als den Lone Wolf unter den Helden beschreiben, der mit seinen Fähigkeiten mehr aufs Finden von Sachen ausgelegt ist, als darauf eine Kampfmaschine zu sein, die mitten im Getümmel steht und dort für Action sorgt. Das sieht man auch daran, dass der Entdecker einen geringeren Schadensbonus und weniger Lebenspunkte als andere Klassen hat. Der Entdecker greift aber auch selber zur Waffe, er bedient sich im Kampf allerdings auch gerne einiger Gadgets, doch dazu später mehr. Das ist jetzt natürlich erstmal eine grobe Einordnung, denn die Helden haben unterschiedliche Stats und so hat zum Beispiel nicht jeder Entdecker gleich viele Lebenspunkte. Doch kommen wir zu den Klassenvorteilen des Entdeckers, also zu den Fähigkeiten, die jeder Entdecker hat. Da wären einmal In der Zone, die Anti-Materialladung und Beute-Lama. Aber immer der Reihe nach. Wir starten mit in der Zone. In der Zone ist eine Fähigkeit, die aktiviert werden muss und durch die der Entdecker nahe Behälter, wie zum Beispiel Munitionskisten, aber auch Schatztruhen und Safes durch Wände hindurch sehen kann. Die Behälter leuchten dann nämlich entsprechend ihrer Wertigkeit. Außerdem erhöht in der Zone den Spitzhackenschaden und die Bewegungsgeschwindigkeit. In der Zone lässt sich ganz einfach aktivieren, denn ihr müsst einfach nur mit einer Spitzhacke fünfmal gegen einen Gegenstand hauen, der sich abbauen lässt. Dann leuchtet ihr einmal auf. Außerdem glitzert ihr danach selber ein wenig, zumindest so lange, wie in der Zone aktiv ist. Solange ihr die Spitzhacke ausgerüstet habt, baut oder eine Fähigkeit benutzt, bleibt in der Zone aktiviert. Wenn ihr aber auf eine Waffe wechselt, wird in der Zone deaktiviert und ihr müsst erneut fünfmal mit einer Spitzhacke etwas abbauen, damit in der Zone wieder aktiviert ist. Okay, kommen wir zur Anti-Materialladung. Die Anti-Materialladung ist ein kräftiger Schlag, der Gebäude und Objekte für euch instant zerstört und euch deren Materialien gibt. Zusätzlich könnt ihr diese Fähigkeit auch gegen Gegner einsetzen und damit Schaden machen. Und last but not least das Beutelama. Als Entdecker habt ihr die Möglichkeit Fragmente zu erhalten, die den Cooldown einiger Fähigkeiten reduzieren und dafür sorgen, dass diese keine Energie verbrauchen. Bekommt ihr aber ein violettes Ladefragment, dann wird zusätzlich ein Beutelama erschaffen, auf das ihr mit der Spitzhacke eindreschen könnt, wodurch ihr Bau- und Handwerksmaterialien erhaltet. Soweit zu den Klassenvorteilen. Neben den Klassenvorteilen gibt es aber auch individuelle Vorteile, die sogenannten Kommandantenvorteile und Standardvorteile. Da es hiervon ein paar mehr gibt, werde ich die nicht alle aufzählen. Wichtig ist hier in erster Linie, dass ihr wisst, dass der Kommandantenvorteil nur gilt, wenn ihr einen Helden auch als Kommandanten einsetzt. Das gilt also nur, wenn ihr diesen Helden auch gerade spielt. Darüber hinaus habt ihr die Möglichkeit, euch von anderen Helden unterstützen zu lassen. Helden, die euch unterstützen, tun dies mit dem Standardvorteil. Die Kommandanten und Standardvorteile verleihen einem Helden besondere Fähigkeiten oder verbessern vorhandene Fähigkeiten. Achtet bei der Auswahl eures Kommandanten und eures Unterstützungsteams daher darauf, dass diese zu eurem Spielstil bzw. zum gewünschten Einsatzzweck passen. Probiert hier einfach etwas rum, bis ihr ein für euch funktionierendes Setup gefunden habt. Okay, kommen wir zu den Fähigkeiten. Also zu den offiziellen Fähigkeiten. Die Vorteile sind ja auch Fähigkeiten, aber diese hier heißen auch so. Hiervon gibt es beim Entdecker vier Stück und jeder Entdecker hat immer drei davon. Es gibt also immer eine Fähigkeit, die ein Entdecker nicht hat. Beim Entdecker sind das Elektroschockturm, Seismischer Stoß, Teddy und Phasenwechsel. Aber auch hier immer der Reihe nach. Wir starten mit dem Elektroschockturm. Der Elektroschockturm fügt nahen Gegnern Schaden zu und betäubt diese. Er ist prädestiniert, um gegen Gruppen eingesetzt zu werden und nicht gegen einzelne Gegner. Kommen wir zum Seismischen Stoß. Mit dem Seismischen Stoß haut ihr auf den Boden und verursacht damit Schaden. Wenn ihr diese Fähigkeit einsetzt, dann versucht euch möglichst so zu bewegen, dass eure Gegner vor euch eine Linie bilden. Denn der Seismische Stoß wirkt nur nach vorne. Ihr könnt den Seismischen Stoß auch von einer erhöhten Ebene benutzen. Baut euch dafür einfach hoch und benutzt den Seismischen Stoß von oben aus. Auch das funktioniert. Weiter geht es mit dem Teddy. Teddy ist ein Bärenroboter, den ihr platzieren könnt und der dann eine Weile an eurer Seite kämpft. Teddy kann durchaus guten Schaden machen, er hat standardmäßig aber auch den längsten Cooldown. Behaltet das im Hinterkopf. Zu guter Letzt gibt es dann noch den Phasenwechsel. Der Phasenwechsel versetzt einen Decker schneller ein Stück nach vorne. Wichtig ist hierbei, dass man diesen nicht zu schnell nacheinander einsetzt. Denn der Phasenwechsel erhöht nach Benutzung auch die Bewegungsgeschwindigkeit. Da man diese Fähigkeit nicht durchgehend einsetzen kann, kommt man also schneller von A nach B, wenn man diesen Geschwindigkeitsbonus mitnimmt und erst danach erneut den Phasenwechsel einsetzt. Der Phasenwechsel ist aber nicht nur gut, um sich schnell über die Karte zu bewegen, sondern er eignet sich auch sehr gut, um schnell ins Kampfgetümpel zu kommen, dort dann etwas Chaos zu stiften, indem man zum Beispiel einen Elektroschockturm platziert, und dann schnell wieder raus aus dem direkten Fight zu gehen. Darüber hinaus eignet sich der Phasenwechsel auch dazu, um Fallschaden zu vermeiden. Egal von wo aus ihr runterfallt oder springt, wenn ihr kurz vor dem Aufprall den Phasenwechsel einsetzt, erhaltet ihr keinen Fallschaden. Okay Leute, ich denke wir sind durch. Das war alles was ich euch an Basics zum Entdecker mitgeben kann. Wer übrigens nicht nur Basisinfos zum Entdecker braucht, sondern auch wissen möchte, wie man den Häufigkeitsgrad von Helden und Waffen erhöht, also zum Beispiel aus epischen Helden legendäre Helden macht, der kann jetzt einmal oben rechts auf das i oder auf den Link in der Beschreibung klicken. Denn auch dazu gibt es ein Video von mir. Damit war es das von mir. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch in Zukunft weitere Videos von mir zu Fortnite sehen wollt, dann lasst wie gesagt gerne ein Like und ein Abo da. Wenn ihr ein Abo da lasst, dann vergesst nicht die Glocke zu aktivieren. Ihr kennt das Spielchen. Vielen Dank für euren Zuwort. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.